ICAW ist ein internationaler Energieinfrastrukturinvestor und Betreiber. Bei der Gründung 2010 lag der Fokus zunächst auf Wind und PV. Mit der Übernahme des europäischen erneuerbaren Energieportfolios von BP baut die ICAW seine operativen Tätigkeiten aus und ist inzwischen sowohl in Europa als auch in den USA aktiv. Der Investitionsfokus liegt inzwischen sowohl auf den erneuerbaren Energie, Geothermie, Wind, Solar und Concentrated Solar Power als auch auf konventionelle Energieträger als Brückentechnologie, darunter flexible Gaskraftwerke, Öl- und Gasförderung. Dabei sind wir auch ein nachhaltiger und langfristig ausgelegter Investor, wobei wir hier den Fokus auch auf eine Energiepolitik setzen, die für alle Bevölkerungsschichten bezahlbar bleibt. Der Geothermie-Kongress ist eine Gelegenheit, nicht nur unsere Kontakte mit anderen Teilnehmern in der Branche zu pflegen, sondern auch neue Ideen und Möglichkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln. Die deutsche Geothermie steht an der Schwelle einer wesentlichen Entwicklung über die nächsten zehn Jahre, in denen sie eines der wichtigsten Zulieferer für die kommunalen Fernwärme- und Kältenetzwerke werden wird. Das Wachstum der Geothermie wird eng gekoppelt an den Ausbau dieser Netze sein. Wir als Betreiber und Investor werden auch hier unseren Beitrag leisten.